Wie kommt es eigentlich, dass wir Stimmtierliche Frauen sitzen lassen? Die Witzer ist verrückt. Die Witzer ist echt verrückt, muss ich euch sagen. Ich meine, ich will mich nicht beklagen. Das mit Gabriela hätte ich nicht gedacht, aber wunderbar. Geklappt. Äh, mit Maria. Ja, das passiert, wenn man verwirrt ist. Äh, mit Maria, meine ich. Wunderbar geklappt und ja, was will ich dazu sagen? Wie gesagt, ich wollte mich gar nicht beklagen, nur Elke, ja, es tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Wir waren ziemlich lang zusammen eigentlich und am Anfang war es richtig schön. Ich weiß nicht, wo das Ganze mit Bach runterging, warum es so schief hing am Ende. Ja, aber ich glaube, es ist gut so, wie es jetzt ist. Ich glaube, es ist gut so, wie es jetzt ist, zumindest für mich. Zumindest für mich. Zumindest für mich. Untertitelung des ZDF, 2020